Ich wusste nicht, dass es das gibt. Man sieht gar nicht, wo das hinführt. Sieht aus wie eine riesengroße Höhle. Ich frag mich, wie groß die ist. Naja, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Los, kommt mit! Wow! Hey, seht euch das an! Wow! Los, kommt! Echt komisch, dass wir hier noch nie waren. Das gefällt nicht. Das ist unser spezieller kleiner Versteckungsplatz. Solche Bäume habe ich noch nie gesehen. Hm, das riecht gut. Ihr Blattfresser habt ja vielleicht einen komischen Geschmack. Ich glaube, die Baumleckereien schmecken. Ja, das glaube ich auch. Oh doch, oh doch! Vielleicht stimmt was mit euren Nasen nicht. Das riecht so übel, dass ich Kopfschmerzen kriege. Ich verschwinde. Ich verschwinde. Warte auf mich, Chomper. Ich kann nicht auf dich aufpassen, wenn ich dich nicht sehe. Wir treffen uns alle nachher, wenn wir hier fertig sind. Hey, seht mal! Spike findet, dass die Leckereien so gut schmecken, wie sie riechen. Mh, die schmecken super! Ich probiere gleich noch eine. Und dann noch eine. Ja, und noch eine. Wir sollten lieber wieder zurückkehren. Ich kann es kaum erwarten, allen zu erzählen, wie toll die Baumleckereien waren. Wenn du das tust, dann wollen alle was davon abhaben. Sarah, du weißt doch, dass man sowas nicht geheim halten darf. Aber hier gibt's nicht genug Baumleckereien für alle. Wozu sollen wir es ihnen dann erzählen? Tja, ich denke, da ist was dran. Ja, selbstverständlich. Um ein paar versteckte Bäume mit Baumleckereien müssen wir doch nicht so viel Wind machen. Oh, ich glaube, ich habe zu viel gefuttert. Ducky, Spike, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Wo habt ihr gesteckt? Also, wir waren... Naja, wir haben Fangen gespielt. Ihr müsst doch furchtbar hungrig sein. Die habe ich extra für euch aufgehoben. Ducky, Spike, geht es euch auch wirklich gut? Ihr habt ja immer noch nichts gegessen. Wir... Naja, wir haben keinen Hunger. Du und Spike? Ihr habt keinen Hunger? Äh, genau. Vom vielen Fangspielen sind wir irgendwie satt geworden. Mama, es gibt da etwas, was Spike und ich dir sagen. Oh nein, das kann nicht sein. Nicht hier. Oh nein. Was ist denn los? Was ist denn los? Kinder los! Oh nein. Schnell schnappert ihr im großen Tal? Oh nein. 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 Da sind Kräle und Blaue. Oh nein. Oh nein. Schnell, beeilt euch. Ducky und Spike. Schnell weg hier. Schnell, nehmt die Nestlinge und die Kleinen eure Mitte und der Rest folgt mir und Großvater Langhals. Dann wollen wir den Schnellschnappern mal zeigen, dass sie hier nicht willkommen sind. Hey, ihr Schnellschnapper. Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Oh nein. generals. Oh nein. Ich. Ho Leon. Ich 1Ler. Oh nein. AhIT. Entrum mir aususta. Oh nein. Ich kann mich auf das Stad secretary kommen. Oh nein. Tut mir leid, aber heute Abend geht ihr hungrig in euer Nest. Diesen Schnellschnappern haben wir es aber gezeigt. Wie sind die bloß hierher gekommen? Sie müssen einen Weg ins große Tal gefunden haben, den wir nicht kennen. Es ist schon lange her, dass sich ein Schafzahn ins große Tal verirrt hat. Das ist eine äußerst gefährliche Situation. Die Schnellschnapper sind auch meistens mit Rotklaue zusammen. Und Rotklaue ist der größte und gemeinste Schafzahn von allen, die hier sind. Dann ist er auch nicht weit weg. Dann müssen wir herausfinden, wie die Schnellschnapper hier rein und raus kommen. Genau, und bis wir das wissen, müssen wir Tag und Nacht auf der Hut sein. Spiky, willst du noch eine? Ich, ich hab keinen Hunger. Was ist, Spiky? Was, was, was? Da scheint ein Weg zu sein. Tja, aber wo führt der hin? Sieht euch, das ist unglaublich. Das ist ein anderer Eingang zu unserem geheimen Plätzchen. Und er führt direkt ins geheimnisvolle Jenseits. Oh, und das ist nicht alles. Schnellschnapper, Fußabdrücke. Wenn die Schnellschnapper hier reinkommen, dann könnten sie auch den Weg ins große Tal finden. So sind sie also letzte Nacht reingekommen. Oh, mir verschwinden, mir angstlich. Was wir jetzt machen? Wir wissen, wie die Schnellschnapper ins große Tal gelangt sind. Wir müssen die anderen warnen. Das war ein großer Fehler. Niemand darf die Baumleckereien in der versteckten Schlucht essen. Ihr habt also Fußabdrücke gesehen? Ja, Schnellschnapperfußabdrücke. Kinder, wie viele von den Baumleckereien habt ihr denn gegessen? Äh, sehr viele. Was spielt das jetzt für eine Rolle? Diese Baumleckereien haben einen Geruch, den Scharfzähne nicht ausstehen können. Genau genommen macht sie der Geruch krank. Ja, das glaube ich. Aber wenn nicht mehr sehr viele davon übrig sind, hält der Geruch die Scharfzähne nicht davon ab, ins große Tal zu kommen. Was? Oh nein! Großmutter, du musst die anderen warnen. Vater Dreihorn und ich untersuchen die versteckte Schlucht. Wenigstens wissen wir jetzt, wie die Scharfzähne hier reingekommen sind. Oh je, es gibt nur noch ein paar Baumleckereien hier. Tja, die riechen nicht mehr sehr stark. Die halten die Scharfzähne garantiert nicht fern. Wir müssen einen anderen Weg finden, die Scharfzähne vom großen Tal fernzuhalten. Es ist zu spät. Die Schnellschnapper kommen zurück. Das klingt wie... Rotklaue! Sie haben uns entdeckt. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Littlefoot, du und deine Freunde, ihr lauft zurück und holt Hilfe. Vater Dreihorn und ich halten euch dem Rücken frei. Ja, wir können die Scharfzähne aufhalten, zumindest für eine Weile. Beeilt euch! Ich bin ein Rücken und mir das Kälter... Die Sch Jesúsgüde! ARD Text im Auftrag des WDR Freunde, wir sind niemals rechtzeitig zurück. Wir müssen ihnen helfen. Du hast recht. Sie werden niemals gegen die drei ankommen. Was wir können tun, wir viel zu klein. Idris, schnell! Flieg ganz nach oben zu den Bäumen und wirf so viele Baumleckereien runter, wie du kannst. Wenn die Schafzähne den Geruch der Baumleckereien nicht ausstehen können, dann treiben wir sie ihnen unter die Nase. Aber wie? Na so, wie wir immer die Bälle schießen. Worauf wartet ihr? Aaaaah! Aaaaaaah! 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 Aaaaaaaaaah! Hey, gut gemacht, Kinder. Die Baumleckereien können sie nicht ausstehen. Geben wir ihnen Saures. Das scheint Spaß zu machen. Werf so ein Ding zu mir. Es hat geklappt. Sie hauen ab! Muss der Eingang wirklich verschlossen werden, Großmutter? Ja, Littlefoot. Wir müssen sicher gehen, dass nie wieder ein Schafzahn den Weg ins große Tal findet. Wir können niemals nicht wieder in unser spezielles, geheimes Versteck. Nein, nein, nein. So, meine Freunde, der Zugang zur geheimen Schlucht ist verschlossen. Und das große Tal ist wieder vor den Schafzähnen sicher. Also, wir möchten uns dafür entschuldigen, dass wir alle in Gefahr gebracht haben. Wir haben den anderen nichts von den Baumfrüchten erzählt, die wir gefunden haben. Uns tut sehr, sehr, sehr leid. Das sollte euch auch leid tun. Ich bin zu alt, um mich mit Schafzähnen rumzuschlagen. Aber Papsi, wie du mit Rotklaue gekämpft hast, das war total mutig. Na ja, also, das war doch nichts Besonderes. Was sollte ich machen? Ich stand Rotklaue Auge in Auge gegenüber. Man muss einen Schafzahn glauben lassen, dass man keine Angst vor ihm hat. Das ist der Trick. Also marschierte ich auf den riesigen Müll hinzu und schaute ihm fest in die Augen. Und dann brüllte ich so laut. Und dann brüllte ich so laut. Und dann brüllte ich so laut. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin frod.